Also ich bin die Koch Julia, ich arbeite in der Bücherei Lebensbuch. Dort gefällt es mir sehr gut und ich mache heute meine erste Online-Lesung. Die Geschichte heißt Jackys Reise nach Bad Radkersburg. Eines Dienstagabends fuhren Romana und Isabella mit Jackie. Die hatte die Fliegen Peter und Dalma im Fell nach Bad Radkersburg. Während Isabella immer vormittags Therapien hatte, saß Romana im Zimmer und las. Zum Mittag holte sie Isabella wieder ab. Am Nachmittag hatte diese noch zwei Therapien. Anschließend gingen beide zum Pool. Jackie wartete derweil im Zimmer. Am nächsten Morgen, nach dem täglichen Duschen, zog sich die Fliege Peter ihr rotes Mini-Kidschance T-Shirt und ihre schwarze Adidas Jogginghose an und flog zum Dienst. Ihre Ausbildung hatte sie in Ungarn gemacht. Dann war sie nach Österreich gekommen, um dort zu arbeiten. Das Problem war, dass es mit der Bezahlung in Ungarn schlechter als in Österreich gestellt war. Jackie wartete bis 12 Uhr auf die Fliege Peter. Anschließend ging sie in den Gruppenraum, um sie zur wohlverdienten Mittagspause abzuholen. Als sie die Tür öffnete, erschrak Jackie sehr. Die Fliege Peter lag verprügelt am Boden. Jackie trug sie vorsichtig ins Zimmer zurück. Anschließend kam die Fliege Dalma von ihrem Spazierflug zurück. Als sie die Fliege Peter sah, war sie natürlich ebenfalls erschrocken. Danach brachten beide die Fliege Peter ins Fliegenkrankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass diese krankenhausreif geschlagen worden war. Jackie und die Fliege Dalma nahmen das Kidschance T-Shirt und die Adidas Jogginghose mit ins Zimmer und steckten beide Sachen in die Waschmaschine. Nach zwei Stunden waren diese wieder sauber. In der Nacht schlief die Fliege Dalma verständlicherweise sehr schlecht. Am nächsten Tag ging Isabella mit Romana und Jackie, diese hatte die Fliege Dalma, im Fell in die Stadt. Sie gingen sogar über eine Brücke nach Slowenien. Die Fliege Dalma machte sogar mit ihrem Mini-Handy ein paar Fotos und schickte sie der Fliege Peter bei WhatsApp. Bald darauf bekam sie auch eine Nachricht zurück. Diese lautete, mir geht es wieder schlechter. Kommst du bitte mit Jackie ins Fliegenkrankenhaus? Dalma schrieb ihr schnell zurück. Natürlich, wir kommen sofort. Die Fliege Peter antwortete mit folgender Nachricht. Danke, Baby. Jackie rannte mit der Fliege Dalma im Fell zum Fliegenkrankenhaus. Der Anblick war einfach nur schrecklich. Die Fliege Peter lag blass im Krankenbett, hatte das Krankenhaus-Nachthemd im Mini-Format an und bekam Mini-Infusionen. Die Fliege Dalma war natürlich sehr besorgt. Kommenden Montag durfte die Fliege Peter wieder aus dem Fliegenkrankenhaus. Ab diesem Tag konnte sie endlich wieder ihr Kids Chance T-Shirt und ihre Adidas Jogginghose anziehen. Darüber freute sie sich natürlich sehr. Am nächsten Tag, gegen Mittag, war die Krönung. Das war das Abschlussritual des Therapieaufenthaltes. Isabella bekam eine Stoffkrone aufgesetzt, ein Zepter in die Hand und eine Urkunde mit ihrem Namen und Fotos darauf. Danach sangen die Therapeuten das Krönungslied. Des Weiteren applaudierten alle und anschließend erzählte eine Kollegin der Fliege Peter von Isabellas Therapieerfolgen, die sie in den letzten zwei Wochen geleistet hatte. Anschließend riefen alle und deshalb, liebe Isabella, sind wir der Meinung, du bist spitze. Nach dem anschließenden Mittagessen von Jackie, Isabella, Omana, die Fliege Dalma und die Fliege Peter wieder nach Hause. Natürlich waren alle drei sehr froh, dass es der Fliege Peter wieder gut ging. Und diese sagt, schöne Krönung, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020